Hör mir zu! Ich bin dein Vater. Nein! Niemals! Komm auf meine Seite. Und zusammen können wir als Vater und Sohn eine Pause machen. Möge die Stärkung mit dir sein. Milchschnitte. Frischer, lecker, weiter. Ja, sie ist deine Schwester. Ja, ich weiß. Irgendwie habe ich das schon immer geahnt. Milchschnitte. Frischer, lecker, weiter.